Diese Insta360 360-Grad-Kameras sind eine der umstrittensten Action-Camps, die es seit Zeiten von GoPro jemals gegeben hat, vor allem bei uns Oldschool-Typen. Ja, ich weiß, ihr, also meine Follower, sind viele Oldschool-Typen und ich bin damit dabei, ich schließe mich mit euch ein. Und anfangs war ich auch skeptisch und vielleicht nicht so ganz happy damit. Mittlerweile muss ich sagen, gibt es aber echt, echt positive Dinge, warum man sich so eine Kamera eigentlich holen soll. Und vielleicht nehmt ihr euch bitte kurz Zeit, damit wir die Kamera ins rechte Licht rücken. Insta360 ist bekannt für 360-Grad-Kameras und ich weiß, der 360-Grad-Look ist nicht bei jedem beliebt. Und auch bei mir ist es nicht so immer beliebt, speziell wenn sich das dreht und dreht und dann wird mir schon vom Handy schwindelig, wenn ich mir das Video anschaue oder vom Fernseher und PC schon überhaupt. Also das ist für den einen oder anderen von uns nicht so toll. Für uns als Motorrad Motorsportler geht es aber hauptsächlich darum, Maximum-Content irgendwie aufzunehmen oder euch zu zeigen und dementsprechend geile Action-Szenen und vielleicht auch in meiner Situation oder auf meinem Kanal auch mehr die technischen Dinge aufzuzeigen. Und da muss ich sagen, habe ich die Kamera echt lieb gewonnen im Gegensatz zu anderen Herstellern. Ich fange mal mit ein paar positiven Dingen an. Also zum einen habe ich einen riesen, riesengroßen Akku, den ich abnehmen kann. Ich kann relativ schnell Akku tauschen, brauche ich aber gar nicht so oft tauschen, weil der Akku gefühlt ewig hält im Verhältnis zum Mitbewerber. Also drei, vier Turns mit dem Akku ist überhaupt kein Problem. Da gab es Kameras, da hast du nach 20 Minuten den Akku getauscht und beim zweiten Mal 20 Minuten Turn ist er nach zwei Minuten leer geworden, obwohl er angezeigt hat, der ist nach drei Viertel voll. Das ist hier richtig, richtig gut. Die Akkus sind mega, mega stark. Ein großer, wirklich großer Vorteil. Zum anderen habe ich natürlich hier diese Insta, also das ist meine Lieblings-Insta 360, das ist die One RS. Diese Kamera ist natürlich auch teilbar. Und mit dieser Kamera kann ich quasi die Objektive tauschen. Das ist hier ein 360-Grad-Objektiv. Dieses Objektiv hat mehr oder weniger hinten und vorne eine Linse. Ich dachte am Anfang, ich brauche das Weitwinkel-Objektiv, aber ich muss sagen, das brauche ich mittlerweile gar nicht mehr, weil der Vorteil von dieser 360-Grad-Linse ist, nicht die 360-Grad aufzunehmen in Tatsächlichkeit und das zu drehen und einen Schwindel zu erzeugen, sondern um quasi zwei Perspektiven in einer Kamera zu haben. Speziell, wenn ich die Kamera auf die Gabelbrücke packe, habe ich zum einen natürlich mein Cockpit und den Verkehr, auf den ich auflaufe eventuell, oder vielleicht den Verkehr, je nachdem. Und ich habe aber auch kein zweites Video rausverändern, da wo quasi nur ich drauf bin. Das heißt, ich sehe mich selber, kann das mehr oder weniger aus einem Blender mit reintun oder je nachdem hin und her wechseln. Und das ist für mich vor allem vom Vorteil, aus faulen Typen, naja, so faul bin ich jetzt aber nicht, aber grundsätzlich, was Kamerapositionierung anbelangt, kann es schon mal lästig werden. Ich habe halt nur eine Kamera und habe zwei Perspektiven. Ich klatsche die drauf und zack, bumm, fertig. Wenn wir schon beim Draufklatschen sprechen, dann ist hier auch ein Riesenvorteil, dass ich mich nicht stark um die Ausrichtung kümmern muss. Das heißt, ich muss nicht schauen, wie gerade ist die gerade oder passt der Winkel hundertprozentig, sondern ich kann die einfach irgendwie draufschrauben. Es ist im Endeffekt vollkommen total egal, auch wenn ich die zum Beispiel, wie jetzt bei dem Metzler-Test, an die Kanzel vorne drauf packe und habe da im Endeffekt eine komplett schiefe Kamera gehabt. Aber trotzdem weiß die Kamera, wo unten und oben ist und der Horizont ist trotzdem gerade. Und das ist für mich als jemand, wenn es zwischen den Tören schnell gehen muss, ein irrsinniger Vorteil und ich habe trotzdem immer ein großes Sichtfeld. Vor allem kann ich auch mal rein und raus zoomen, weil ich doch 5,7K habe und kann dementsprechend einfach viel Fleisch im Video mehr rein und raus zu zoomen, auch mal näher heranzugehen. Vor allem, wenn ich mich selbst als Fahrer analysiere, wenn ich mir meine eigenen Runden anschaue, dann hilft mir das enorm weiter. Dementsprechend ist auch die Bildstabilisation. Die Bildstabilisation, da brauchst du überhaupt keine Sorgen mehr machen. Du kannst die Kamera, die kann theoretisch ein bisschen wackeln, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die Software ist so gut da drin, dass das gleicht es einfach aus. Also das ist wirklich phänomenal. Da bin ich wirklich happy drüber. Auch wenn der Hebel, der Halterung ein bisschen länger wird, ist das noch kein Problem. Was mich zum nächsten Vorteil bringt, und zwar stehe ich ja, auch auf diesen 360-Grad-Look nicht, aber ich kann bei dieser Kamera den Direction-Log machen. Und der Direction-Log ist im Endeffekt, als wie wenn ich ein Gimbal an dem Bike hätte. Das heißt, der Horizont bleibt immer gerade und ich sehe, wie das Motorrad unter mir quasi in Schräglage fährt. Und da kommt meiner Meinung nach die Schräglage viel mehr zur Geltung, was mir als Fahrer, der sich selbst gerne natürlich fahren sieht, logischerweise, jeder von uns sieht sich selbst gerne fahren, irrsinnig gut gefällt, weil dann auch die Dramatik und die Action und die Schräglage und die Geschwindigkeit dementsprechend überhaupt erst rüberkommt. Und deswegen nutze ich eigentlich den 360-Grad-View weniger, sondern mehr den Direction-Log und nutze das quasi als Gimbal und habe immer einen ausgeglichenen Horizont. Da ist die Kamera wirklich genial und das wurde auch erst besser in den letzten Monaten. Die Jungs von Insta360, Jungs und Mädels, die haben wirklich viel da reingesteckt und wirklich viel Know-how reingesteckt und es ist so gut geworden. Nicht umsonst nutzen es mittlerweile Madis, Lukas und ganz, ganz viele Profisportler sogar. Jonathan Ray ist gesponsert von Insta und der nutzt sie genauso. Das hat schon seine Vorteile. Also muss man echt sagen, das ist echt gut geworden. Anfangs gab es auch Probleme mit der App oder beziehungsweise mit der Software zum Rendern. Das hat ein bisschen gepackt und war nicht immer so flüssig. Mittlerweile funktioniert das auch auf schlechteren PC-Geräten oder Mac-Geräten echt, echt gut. Auch die Kombination mit dem Handy ist natürlich genial. Wenn du da eine Aufnahme hast, kannst du mit dem Handy verbinden, suchst du die Aufnahme raus. Das ist mittlerweile so flüssig, das ist unfassbar. Suchst du eine kurze Sequenz raus von 15, 30 Sekunden und kannst damit sofort aufs Handy laden in natürlich geringerer Auflösung, aber für Insta vollkommen ausreichend. Mal schnell das Story machen, also wirklich, wirklich, wirklich gut. Haben sich wirklich gut gelöst. Muss man echt sagen. Ja, es gibt dafür andere Objektive und ich muss sagen, ich nehme eigentlich bei der Insta One RS nur noch das. Es gibt jetzt im Moment natürlich ein Sale, wie bei so vielen auch, Black Friday, bla bla bla. Hier von 18. November bis zum 30. November gibt es quasi den Sale. Da gibt es auf die Insta 360 One RS. Also auf die gibt es 10%. Ich habe den Akku gerade irgendwo weg. Da gibt es 10% Rabatt. Unten in der Beschreibung im Link und auf die Insta One X2 gibt es 15% Rabatt. Ich nutze allerdings lieber die, weil die auch ein bisschen kleiner ist. Und bei der One X2 gibt es auch Motorcycle-Kits. Sprich, da gibt es verschiedene Zubehör-Kits. Verschiedene Halterungen, Klebepads, Teleskoparm und so weiter. Das Zubehör ist auch um einiges besser geworden wie am Anfang. Das ist wirklich massiv und sehr hochwertig mittlerweile gemacht, muss man echt sagen. Auch die Kamera hat einen hochwertigen Griff, einen hochwertigen Eindruck. Die hält auch mal einen Sturz aus. Was auch ein bisschen ein Nachteil ist, ist das Gewicht. Also das Gewicht, die Kamera ist relativ schwer im Verhältnis zum Mitbewerber. Was auch die Problematik mit diesem Popview, also die Kamera am Helm machen würde, auch von der Größe her und so weiter. Das wird aber, der Trend geht eh weg, weil die Rennstrecken immer mehr kontrollieren, ob irgend so ein Fuzi wie wir auf die Rennstrecke rausfährt und die Kamera am Helm hat. Das wird einfach nicht mehr gern gesehen. Früher toleriert worden. Mittlerweile haben es so viel gemacht, dass die Rennstrecken wissen, auf das muss man auch Wach geben. Also die Streckenposten, die da beim Rausfahren sind, die kontrollieren das und schauen schon, wer hat so eine Kamera drauf. Also es wird weniger werden, sicherheitstechnisch. Und deswegen wird die Kamera mehr auf der Lenkerbrücke sein. Gabelbrücke. Der Lukas Litt zum Beispiel hat die Insta 360, so eine kleine, so eine weiße. Die hat der im Visier drinnen, also hinterm Visier, auf der Lufthutze mehr oder weniger drauf. Deswegen kann der diesen View noch erzeugen. Natürlich ist das der realistischste View. Andererseits muss ich sagen, wenn ich jetzt mal stürzen soll und die wird mir dann irgendwie in die Augen reinfallen, dann muss ich sagen, so geil wie das Onboard-Video ist, ich verzichte dann lieber drauf und habe den Look einfach auf der Gabelbrücke und habe zwei Views, einmal nach vorne, einmal nach hinten. Mit dem Sale soll es auch nicht gewesen sein. Es geht mit dem Sale noch weiter zum Weihnachts-Sale. Der ist auf jeden Fall vom 1. Dezember weg bis zum, muss ich nachgucken, bis zum 14. Dezember. Das heißt, nach diesem Black-Friday-Sale gibt es auch quasi einen Weihnachts-Sale. Genau. Gleich im Anschluss. Von dem her, ja, ich muss mich auf jeden Fall bedanken. Insta 360 ist jetzt schon fast ein Jahr unser Partner, hat uns viele Kameras und viel Zubehör zur Verfügung gestellt. Wir haben uns erst am Anfang auch wirklich damit erst einmal arrangieren müssen und schauen müssen, wie nutzen wir die Kameras so, dass es auch wirklich gut ist. Und ich denke, da waren schon auch ein paar Videos dabei, wo man echt sagt, wow, das ist echt cool. Speziell bei meinem Sturz, wo man sieht, wenn es das Motorrad überschlägt und die Kamera aber komplett eben bleibt, ist natürlich wirklich eine Schau. Und dann sieht man das erst einmal, wie sich das Ding eigentlich bewegt. Das ist mit so einer Insta 360 wirklich gut nachzuvollziehen und kann man auf jeden Fall empfehlen. 10% auf die One S und 15% auf die X2. Ich würde sagen, das wäre mal ein Zeitpunkt, die mal zu probieren. Der Hersteller ist immer mehr am Kommen. Die werden immer besser, die Jungs, die sind da wirklich dran, das Ding richtig auf den Markt zu pushen. Und muss man sagen, ist ein guter Artikel geworden, muss man echt sagen. Hut ab, finde ich cool. Danke für die Partnerschaft. Wir sind auch noch jetzt ein weiteres Jahr Partner mit Insta 63. Freue ich mich natürlich extrem dafür. Und ja, hoffe, dass wir noch viele geile Onboard-Videos machen können für euch. Und ja, schaut gerne mal rein bei Insta. Unten ist der Link. Würde mich freuen, wenn es auf jeden Fall da mal vorbeischaut. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr verzeiht mal ein bisschen die Werbung. Aber wir müssen natürlich unsere Partner, die uns unterstützen, auch ein bisschen unterstützen. Und ich denke, da ist niemandem wehgetan, wenn ihr euch das mal langgeschaut habt und mal schaut, was das so kann und kostet. Also, bis dahin. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.